ich bin sehr impulsiv ich mag den zombie der hier im glas konserviert ist ich glaube für sowas ist phd flop auch gar nicht schlecht wenn das irgendwas bei dir explodiert aufgrund des crossbows vermutlich macht phd nicht auch irgendwie weniger fallschaden ja ich glaube komplett gar keinen mehr oder weiß ich nicht ich habe ja auch auf distanz ist der crossbow eigentlich gar nicht schlecht aber wenn man halt im nahkampf ist es total scheiße wo die trench gun ist schlechter als die magnum die magnum ist eigentlich sogar okay halt in den ersten runden noch irgendwann ist es halt total scheiße aber in den ersten runden macht sie ja insta achtung hinter dir noch ich lad nach heute die shotgun muss voll lange zum nachladen deswegen bin ich eigentlich kein shotgun freund okay ich bin wieder out of ammo hier kann man auch money nachkaufen da ist ein hammer ich weiß nicht was das bringt aber da ist ein hammer das macht alle barrieren zu phd habe ich jetzt bekommen ich auch was ist das äh point irgendwas mit point kauf mal point whore punkthure ja okay hol ich mir gleich kann ich mir nicht leisten ich pack den crossbow jetzt mal weg mal gucken was jetzt kommt point whore m1 karabiner das ist auch nicht wirklich besser und dann mehr punkte das wäre natürlich ziemlich geil ja ich glaube auch deswegen würde ich das erstmal da lassen wenn es geht ich habe auch das m1 karabiner das ist voll gut weil das ein headshot nach dem anderen macht aber ich glaube dass das die sich automatisch hier changen deswegen würde ich würde ich euch empfehlen dass ihr euch jetzt das jetzt holt wenn die dinge haben Achtung bei mir kommen ganz schön viele jetzt es sei denn ihr habt kaum noch irgendwie money dann solltet ihr euch die punkte dafür sparen nix 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 alter nix 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 Wow, ich hab grad der Granate geworfen und dann kommt Insta-Kill. Hab mir jetzt Point Hall geholt. Mal gucken, ob das irgendwie... Ich hab wieder Kampel-Tag. Ja, das bringt ziemlich viel. Ich hab... Ich hab ein Dings. Warte mal. Oder? Nee. War das grad nur Zufall? Ich weiß es nicht. Erst mal schauen. Ich Messer ein. Ah, ja, kann ich nicht. Wow. Mal, einmal hier Dings. Okay, nee, das bringt glaube ich... Warum steht da plus 12 und dann kommt das? Ja, okay. Ich hab einen Crawler gemacht. Den letzten. Okay, willst du den hier lassen? Erst mal kurz. Okay. Ja, okay, dann kaufen wir weiter, oder? Was gibt's jetzt hier grade? Juggerknock hab ich schon. Achso, hat der weiter gemacht, als ich Punktehure gekauft hab? Juggerknock hab ich aber glaube ich auch schon. Auch weiter kaufen kann ich eh nicht. Kriegen wir gleich mal Max Ammo? Ja, Johnny muss das halt machen. Was? Das kommt zufällig. Johnny, kauf mal weiter. Nö. Plus. Ich seh da halt keinen Sinn drin weiter zu kaufen. Doch, Packer Punch. Da hätt ich schon Bock drauf. Ich wüsste gerne, wie die Magnum abgeht, wenn die gepuncht ist. Okay. Ich dachte, die ist scheiße. Magnum ist richtig geil. Die Shotgun ist kacke. Kauf weiter. Tschüss. Die Tür hat jetzt... Die Tür hat jetzt... Die Tür hat jetzt aber nicht wirklich viel gebracht. Hm. So ist ne Crawler. Der crawlt da irgendwo rum. Da kommt er. Aber so ein bisschen Max Ammo würde echt nicht schaden. Wie viel kosten denn äh... Kostet denn Munition beim Automaten? Weiß ich nicht. Hab ich bisher noch nicht gebraucht tatsächlich. Steht da auch gar nicht. Stab unterschiedlich, je nachdem was für ne Waffe du hast. Ich weiß gar nicht, was Pointor jetzt genau bringt. Das müssen wir mal nachlesen. Da steht immer... Da steht immer plus 12. Kann sein, dass es vielleicht ein bisschen mehr Punkte gibt. Oh, da vorne ist ein Perk, aber ich komm grad nicht hin. Ich komm. Es blinkt schon. Das ist ein Punch, äh Perk sogar. Aber ich kann... Ich kann ihn auch nicht holen. Ich helf dir gleich erstmal. Ich weiß auf den... Warum... Warum hab ich diesen riskanten Move gemacht? Ja, weil es halt äh... Echt nützlich wär. Ja. Naja, jetzt hab ich meine Perks verloren. Ich hab keine Ammo mehr. Uah, verdammt. Schon wieder? Oder hast du noch nicht geholt bei dem Automaten? Hab ich noch nicht, ne? Michael? Kann's grad auch noch nicht. Alter, wer erwischt mich da? Ach, das ist ein Crawler. Den hab ich gar nicht gesehen. Weil hier so ein riesen Leichenhaufen ist. Ich hab mir Ammo geholt. Fuck, 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 fuck. Oh, meine Magnum ist gleich alle. Warum kann ich mir keine Ammo kaufen? Weil das dauert. Steht da doch. Oh. Ich hab wirklich gar keine Ammo, ne? Bitte sagt mir, dass ihr einen Crawler noch habt. Äh, 56 Zombies haben, ne? Fuck! Oh, Mann, Leute. Ich brauch Munition. Ich hab wirklich gar nichts. Ja, dann hol dir das jetzt gleich, wenn die Energie da ist. Guter Tipp. Wahnsinn. Hast du kein Geld für, für, äh... Du hast nur 510, ne? Oder ist das Torgo? Oh, die M1 ist scheiße, ey. Ja, ich bin das, ganz oben. Dann kann Johnny sich doch bei der Kiste was kaufen. Ja, wenn der da ja nur hinkommen könnte jetzt. Zombies kommen ja aus allen Richtungen hier. Fuck, jetzt hab ich auch keine Muni mehr. Wie konnte das denn passieren? Fuck! Jetzt bin ich tot. Jetzt, jetzt habt ihr Muni. Oh. Wow! Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Oh, drei Perks weg, schade. Oh nein, ich hab ganz viele Cro... Oh, laaa... Oh, geil. Oh, boom! Ich bin lieber gleich tot. Vier, drei, drei, zwei... Ich versuch zu euch zu kommen. Ich bin tot. Oh nein. Und die sterben alle vor mir. Ist einer noch übrig? Ja, nice. Beschärf nicht. Das wärs jetzt gewesen. Was? Das war mal knapp jetzt. Ja. Ich glaube, ich muss mir gleich meine... Verkaufen. Ich hab ne Type 100 jetzt. Scheiße, komm ich da rechtzeitig zur Kiste? Vielleicht? Wieso hab ich denn noch so viel Geld? Ich bin doch gestorben. Geld geht nicht weg. Nur die Perks gehen weg. Ah! Wow. Oh, scheiße. Kann man Juggernaut gerade kaufen da? Ne, was ist das denn? Quick Revive. Toll. Jetzt hab ich Quick Revive gekauft. Ist auch hilfreich. Ja, wegen Johnny jetzt gerade. Aber ich komm da nicht hin. Zehn. Neun. Das schaff ich nicht. Ich auch nicht. Fuck! Ich bin auch tot. Schade. Nicht so gut erst. Och nein! Meine Ammo ist fast leer. Letztes Magazin. Nein! Ich bin komplett leer. Ich glaub, das schaff ich nicht. Ne, das hab ich nicht geschafft. Oh damn. Kein Magazin mehr und in ne Ecke gedrängt werden. Todesurteil. So, wie ist das jetzt? Mach mal hier und so. Schneller! Los! Wir haben ja immer noch nicht Pack Your Punch. Hm. Das hätte schon da sein müssen jetzt. Ich fülle mir jetzt ganz chillig was zu trinken ein. Mhm. Darauf erstmal ne Runde Adolf LP. Was macht der Adolf LP? Let's Plays. Von was denn? Irgendwelche Kriegsspiele halt. Macht keinen Sinn. Strategiespiele macht Sinn. Ne, ich glaub, ich glaub, äh, COD glaub ich. Der hat dir auch ganz besonders genannt. Ich hab auch mal Punkte gemacht. So. Dann synchronisieren wir mal live. Dann synchronisieren wir mal live. Zu der Musik macht das echt nicht Spaß, um mich zu töten. Also wenn wir in real life, wenn wir in real life mal irgendwie, äh. Weil das ja Nazis sind. Ja, wenn wir in real life mal irgendwie Zombie-Apokalypse haben, dann muss ich mir auch irgendwie vorher mal einen USB-Stick mit solchen, mit solchen Liedern vorbereiten. Ja. Und wo schmeißt du den dann rein? Ja, äh, weiß ich auch noch nicht. Solltest du das nicht lieber irgendwie aufs Handy machen? Ja, aber Handy muss ich ja aufladen. Das ist kacke. Irgendwas, was mit Batterien geht. Ja, halt irgendwie, keine Ahnung, Walkman oder so. Weil wenn, wenn du, wenn du auf Stromnetz angewiesen bist, ist wir in der Apokalypse nicht ganz so. Mach's dir auf, auf Kassette mit Walkman, den du, mit Kurve, Kurbel. Hier an Walkman mit Kurve. Volksempfänger. Mobiler Volksempfänger. Smart Volksempfänger. Wer kann jetzt weiterkommen? Reichsjugendbeutel. Reichsjugendbeutel, ja. Damals hieß das Happy Meal noch Reichsjugendbeutel. Und da gab's auch noch kein Obst dazu. Gibt's das heutzutage? Ja, ein Apfel. Krass. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwas mit Apfel. Heißt da Apfeltasche? Ne, so ein Apfel gibt's glaub ich tatsächlich zum Happy Meal. Damit wollen die irgendwie ihr Image aufbessern oder so, aber das bringt irgendwie nicht viel. Aber die Apfeltasche von McDonalds schmeckt sogar ganz geil. Cabinetai. Da ist das ganze werfen. Dann fTS. Mal tau-bkloth. Auf tenerhood gestert wird. 15. Ich sehe ganz gut.